Dachau Nächste Woche ist Dachau. Ja! Wie weit ist denn das weg? Noch ein Stück lang, oder? Ich glaube schon, ja. Wann ist Samstag Sonder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geschaut. Hauf auf und verbreitet. Ja. Keine Ahnung, sicher stehen. 10.30 Uhr. Christliche Anfangszeit. Also müsste Sonntag sein normalerweise, weil Samstag 10.30 Uhr ist unwahrscheinlich. 2.30 Uhr. Quatsch. Klasse. 8.00 Uhr. 2.30 Uhr. 2.30 Uhr. 1.5 Uhr. 5. oxen Kitchen 2. 6.00 Uhr. 5.15 Uhr. 5. 210 Uhr. 9. manifesterunto. 8.25 Uhr.